Moin Leute, mein Name ist es Perto, der Coop Multigaming Community und ich bin hier wieder mit Medic und dem Sky zu einem weiteren Abenteuer in Arion. So, wir müssen jetzt eine komische bescheuerte Säcke angehen. Was geht mit der Alten? Ja, sprech doch. Wie, was sprech doch? Pass mal auf, dass ich die nicht da rüber lag schon. Oh, guck mal, da waren ganz kurz hier die... Atrea wird wieder uns gehören. Hooray. Ich hab das grad eben schon gemacht. Ach, der hat hier auch noch... Ja, der hat aber noch eine Quest. Ja, sprich doch. Nimm's an. Nimm's an. Ja, hab ich. Let's go. Am besten solltest du rechts oben gleich das Häkchen andrückt, dass das Questfilm auch noch gezeigt wird, bis du's auch gegeben hast. Okay. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Jump, jump, es Perto. Ja, pfff, F-L-E-R am Arsch. Da nehmen wir halt nicht mal annähernd so viele Fällen wie wir. F-L-G-R. F-L-O-P. Ich meine, das ist ein bisschen in Deutschland. F-L-G-R. Das schweinert. Oh Gott. Digga, mal ran. Komm von dir. Stoppst du? Menni, wo bist du denn? Ja, bin ich ja. Ja, hier ist noch den 2-Kopf fest. Schöner Tag, nicht wahr? Ja, ein schöner Tag ist heute. Bin ich total toll. Kommt jederzeit wieder. Ach, du hältst... Schnüffle töten. Wen? Wer ist Schnüffle? Oh, machen wir. Da oben. Ich empfehle. Ich empfehle. Nein, später. Hooray. See you again. See you again. See you again. Brauchen mehr Cornsnüffler, hallo. 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 Ja, guck mal, ob du hier... Da müssen wir voll viele töten, dass jeder das bekommt. Hier ist eine. Geklaut. Siehst du? Wilder Schloss. One Piece dance, 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 dance. Ja, ja, ich hab halt auch. Oh, das ist ein falscher. Aber kein Problem für einen... Meister. Und wo steht, wieviel ich noch brauche? Oben, rechts. Also du kannst auch jetzt nochmal J drücken, dass du die besten Häkchen bleiben möchtest. Ich hab 0 von 3. Ja, du musst die looten. Das ist keine Kill. Das ist ein Loot-Quest. Looten und leveln. Medik, du sollst mich sammeln. Ja, da. Medik. Ja, da. Ja, da. Jetzt ist es weg. Nein, ich hab's geputzt gemacht. Du bist Healer. Du bist Healer. Du bist Healer. Oh, Spaß. Hier kommt. Ersteckt grad. Bin dabei. One Piece. Da-da-da. Da-da-da. Du weißt, ey. Spaß. One Piece. Da-da-da. Scha-la-la-la. Also ich hab alle. Medik, du auch? Ja klar, grad eben schon. Ey, der hat schon immer alles vorher. Merkst du das? Ja, grad eben schon. Wieso? Ich konnte die zwei von euch auch noch nehmen. Ja. Ja, weil das ist exakt drauf. Wärts noch nicht wahr. Ja, wo tut das? Ja. Fahr ich wohl schneller. Kira! Kommt jederzeit. Wir stecken. Oh. Wir müssen jetzt in die Stopp. In die Herste. Oh mein Gott. Yay. Bloß nichts überstürzt. Lach mir nicht, weißt du. Lach mir nicht. Kriege ich diese Fragezeichen auch irgendwie mal weg? Ja, du musst alle anklicken und dann schließen drücken. So, wir überholen. Esperto im Maus. Mäuse. Drück. Moment. Laufen dich immer so schneller als du. Wie läuft man normal? Also gehen? Klick. Punkt drücken. Klickt auf... Wir gehen doch. Guck mal, da ist der Hellprinz. Der ist ganz rot. Warte, 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 warte. Ähm, ähm. Ich gehe mit euch ganz behutsam um. Ich habe aber total... Kann ich mir hinterher die Farbe meines... meines Umhangs und sowas aussuchen oder muss ich mir da wieder... Ich bin da da. Ich bin da da. Ich bin da da. Auf Level 3. Ich gehe schön. Na Gott. Oh, nasse Füße. Ich gehe kekselten. Kekseln. Kekseln. Guten Morgen. Hallo. Was klingt? Wir sind in Arkadius. Die einzige Stadt... Oh cool, wir haben die Hauptkreis bekommen. Also die kann pangen den besten. So. Dann geben wir hier hinten erst nur Uno. Dann geben wir ihm seine... Dings Schwänze. Entschuldigung. Geben wir ihm seine Schwänze, weißt du? Ja. Die heißen halt so die... One-Finder. Fixen uns da. Was im Gesamter. Was wünscht ihr? Hier ist eine zum Abgeben und Annehmen. Kommt jederzeit wieder. Bei Uno auch annehmen wieder? Klar. Wir nehmen alles an, was wir kriegen können. Looten und Level. So, hier. Abgeben und Annehmen. Immer schön alles oben anklicken. Ich stehe euch zu diensten. Und da gehen wir hier schon aufgeben annehmen. Und dann kriegen wir schon ein Schwert. Dann nehmen wir noch die Klappe des Schwertes. Ich hab mir die Kolbe genommen. Da ist so ein Typ mit der Sonne über dem Schädel. Ja, das ist die Kampagne. Seid gegrüßt. Aion, wache über euch. Aion, wache über euch. Ich kann mir am Arsch lecken. Ich reise allein. Ey, was ist das denn für ein Heini? Ja, das ist ein Feuerkehr. Der gehört dem hier. Ey, Alter, dein Haustier brennt. Ohne Spaß. Kauf mir mehr Schmuck! Kauf mir mehr Schmuck! Ich werde dir diese zu dir sind. Die Händler. Du kannst gerne mal ansprechen. Die haben genetische Sprüche drauf. Kann ich euch etwas verkaufen? Kann ich etwas verkaufen? Lebt wohl, ich will. Wir müssen hier, in dem Haus hier. Hallo. Ja, ich komm hier. Mach mal, jetzt spricht man zuerst mit dem Offenhändler. Mit dem Amos? Ja. Ihr habt da was am Flügel. Wir haben da was am Flügel. Reingelegt. Kommt ein Skelett in die Kneipe. Ein Bier und ein Lappen bitte. Kommt. Oh. Ein Skelett. Oh. Kann man den irgendwann töten? Ohne Spaß. Wie kann ich euch helfen? Kommt. Skelett in die Kneipe. Bis später. Ein Bier und ein Lappen bitte. Der ist ein Lappen ey. Oh Gott. Nee. Kommt. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen was tun. Natürlich. Gehen wir erstmal zur nächsten Hauptquist. End. Auf geht's. Orkimos Spinne. Jawoll. Ach wo wo ist Medik eigentlich? Dein Kumpel da nochmal, dass ich den mal grüße wegen Orkimos Spinne. Den Alarn. Den Alarn. Den Alarn. Den Alarn. Den Alarn grüßen wir jetzt mal. Ja Alarn. Weil ich Experte das nächste Mal sehen. Gibt euch den Eisbein. Eisbein ins Gesicht. So. Woher wisst ihr überhaupt wo wir hin müssen? Also da vorne. Drückt uns doch mal die Ebenmap. War M. Ah. Ich verstehe schon. Äh. Wir müssen jetzt ein wenig auf Medik. Ich glaube Medik hat einen Disconnect. Ja. Medik hat einen Timer. Looten und Leveln. Oh. Da ist er wieder. Kannst du ihn hochziehen? Hab ich nicht den? Doch klar. VIPs können ihn hochziehen im PS. Warte. Was ist das Passwort von hier oben? Hier gibt es kein Passwort. Doch. Ah warte. Also Leute. Es tut mir leid. Falls ich jetzt hier irgendwie nur schwarz zu sehen war. Oder ihr meinen Desktop gesehen habt. Oder sonst irgendwas. So. Da ist der Hellprint. Der ist voll rot. Guck dir den mal an. Wer ist rot? Der hier. Der Hellprint. Der ist nicht rot. Der ist pink. Hey. Ne. Wollte grad sagen. Da steht Kopp LP. Aber. Hey. Was willst du? Pümpel mich nicht immer an. Du hässliches Vieh. Die will. Die will. Die will. Mit dir. Ja. Wie kann ich schreiben? Nein nein. Mit Enter. So. Ganz klar. Ja. Willst du mir auf den Sack gehen? Oder was dir? Oh komm. Ich bin nicht da. Ich hab dir einen gegeben. Gerade du. Weißt du? Ey. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ja guck mal die hat schon Flügel. Ja. Ich kann dir helfen. Wir brauchen keine Hilfe. Wir sind Orkimo Spiele Experte und mit. Ich helfe dir gleich. Aber so war von du Fräulein hier. Hilf dir selber. Hilf dir selber. Jawoll. Das Spiel hat wirklich eine bessere Grafik ab Martial Empires. Aber. Mh. Es fehlt noch irgendwas. Die alte Grafik hier. Ich weiß nicht wo es will. ULTIMATE. Ich mein. Also meine Damen und Herren. Damit sie das auch verstehen. Martial Empires ist eigentlich äh äh. Ja auch ein MMORPG. Was super geil war. Und uns nächtelang wachgehalten hat. Und vor allem mich sehr mitgerissen hat. Weil bei jeder. Großen äh äh. Ja. Bei meiner. Ultimate Attacke. Bin ich jedes Mal ausgerastet. Und. Hab nur noch gerufen. ULTIMATE. Äh. Und. Lustiger ist dann äh äh. Die Sache gewesen. Das sind Martial Empires. Ist natürlich was asiatisches. Und dann fing ich dann hinterher auch an mit. ULTIMATE. ULTIMATE. Okay. Und. Dieses Spiel ist einfach geil. Und dann hieß auch die Devise. Jetzt Medik ist da. Zum Beispiel. Immer dem Röckchen hinterher. Ach ne das war das falsche Röckchen. Haha. Folgt mir mal. Kommt. Ich zeig euch den echten Haar. Ich weiß nicht wo du bist. Ich steh bei Orki. Erstmal hier. Da ist jetzt gleich ne Sequenz. Seht ihr nicht dass ich zu tun habe. Ja ja schon gut. Geht jetzt. Wohin soll ich denn gehen. War witzig. Der muss hier sprechen. Da kommt ne Videosequenz. Seht ihr nicht dass ich zu tun habe. Ja ja schon gut. Geht jetzt. Ich hab keine Sequenz. Doch muss erst annehmen. Was für ne Quest. Ja bei dir jetzt bist du hier. Ja ich hab bei dir keine Quest. Seht ihr nicht dass ich zu tun habe. Ja ja schon gut. Geht jetzt. Werde ich gleich herausfinden. Dann gehen wir mal. Ja gehen wir mal. In Windeseile. In Windeseile. Ja. Tank besucht. Ich bin Tank. Nimm zwei. Hallo. Ach du dich. Ich bin auch Level 2 ungefähr. Ich bin auch Level 2 ungefähr. Okay. Kaio. Seid gegrüßt. Johntag. Da musst du ein Schwert dann auswählen. Ah muss ich denn. Dann nehme ich natürlich das Schwert. Ja würde ich gerne. Achso hab ich schon. Kann man ja schon rein. Tadadadadada. Stufe 3. Bist du Stufe 3? Ja natürlich. Nein. Bei mir steht immer noch Stufe 2. Nein. Bei mir steht immer noch Stufe 2. So, Kalle. Jetzt gehen wir mal. Das ist, äh, weil du eine Hauptquest abgeschlossen hast. Ich bin Stufe 3. Du bist du, weil du auch schon eine Blume eingesammelt hast. Quatsch. Quatsch. Wie viel hast du schon eingesammelt? Nein. Ich hab die Quest schon abgegeben, der Sack. Nein, nein. Dann nimm hier mal an und dann sagen wir jeder eine Blume ein, dass wir alle Level 3 sind. Fuck yeah. Hier ist eine Hände. Warte mal. Ich will mir mal so eine Resquenz reinziehen. Ruhe bitte. Die Landarbeiter sind geflohen. Und die Farm ist verwüstet. Was ist das für eine Farm, alter? Lass mich verarschen, Mädel. Oh, hua, ey. Ja, ich höre. Ah, kümmere ich mich sofort drum. Hast du deinen Kopf? So, was muss ich für, was muss ich eigentlich sagen? Hier, hinter dem Baum, links von dir. Du eine Blume hier. Aria. Schnell. Folgt jemand, als ich sie klau. Ja. Ja, geh weg, du Olle. Ja, wo bist du mit dem Kopf schon gerade gewesen? Jawohl. Da kannst du I drücken. Oder besser gesagt P. Wenn er noch besser war, dann ziehst du gleich das Praktikum komplett. Und kannst dein anderes Schwert ausüßen. Wo rüste ich das aus? Unten einfach rechtsklick drauf. Oder einfach hochziehen. Wo hochziehen? Was? Warte, warte. Unten steht doch Würfel 1. Warte. Ich drücke P. Ah, Würfel 1. Ja, dann nehme ich mein Schwert. Rechtsklick drauf oder hochziehen. Kannst du oben. Oder rechtsklick. Das ist oben. Okay. Dann musst du jetzt nur gucken, dass du nicht das Holz schwertest. Sondern es sollte nur später ausgerüstet werden. Ja, habe ich. Das hat der Typ jetzt. Gut. Hier wird es dunkel, ich habe Furcht. Dann gehen wir weiter. Wir gehen jetzt die Farm da aus. Merzen. Ah ja, wir müssen eh noch sammeln. So die Dinge. Ey, diese Bracksviecher finde ich cool. Sind die schwer? Ich bin auch sammeln. Sammeln. So gut. So. Dann habe ich die Quest abfertigt. Jetzt fertig musst du noch zweimal sammeln. Die Quest. Ja, ja. Medik übertreib sie. Du bekommst so viel EXP. Wieso? Sonst musst du auch dreimal sammeln. Gefrosch. Gefrosch? Ey, geh weg du fette Kuh. Ich werde dir das gerade fressen. Ey, guck dich auch böse an jetzt. So. Hab keiner sammeln fertig. Warum kriege ich so viel EXP? Bin ich geil? Wie viel EXP hast du jetzt? Ich habe 230. Ja. Wow. Was glaubst du so viel? Ja. Mhm. Dann gehen wir jetzt an die Vergnügen. Nein. Nein. Wer ist eigentlich... Achso. Hat sich erledigt. Was denn? Nichts da. Hat sich erledigt. Das wäre meine eigenen Doofheit. Oh. Aber da brauche Füße habe ich jetzt schon mal. Das klappt denn. Kuhn zwei. Doch nicht. Du bist Medikamente. Ich habe jetzt Hilfe. Leid, ich brauche den jetzt nicht. Ich bin geil. Was müssen wir töten? Was müssen wir töten? Ähhhhh. Kurzhorn. Die sind hier. Kurzhorn. Wow. Wir werfen die Faust. Ich ziehe die halt alle weg. Aber ich könnte sich einen Schaden machen. Ja. Das Viech wehrt sich. Ich geh trotzdem noch durch. Hm. Wolltest du noch kürzern? Egal. Haben wir ihm alles tot. Fuck hier. Ultimate. Hab ich nämlich. Da ist noch einer. Ja. Ich muss diese kurzfücher töten. Ich bin nicht okay. Der kurz hat da unten ist eines Pferdes. Hinter dir ist auch noch nichts vor. Geil. Final. Wow. So. Haben wir die Quest abgeschlossen. Der kehrt zu Moranus zurück. Okay. Machen wir doch. Und wir müssen hier. Als Pferde bleiben wir gleich hier. Weil wir haben dann noch die Quest offen. Die Unos Zutaten. Dann müssen wir gleich so eine Rutschnabel hier töten. Hier unten im Wasser. Die Rutschnabel. Ja. Kein Problem. Das ist das falsche Ziel. Das ist das falsche Ziel. Hier wo ich meine Ulti machen. Wo ich meine Ulti machen. Wo ich meine Ulti machen. Fick dich. Dann müssen wir jetzt neuen Typen von den Töten. Von wem? Von den Vögeln. Weil jeder drei Quest-Item von dem braucht. Wir sollten ein bisschen zusammen bleiben. Also diese rosa Schnabel-Kackadufe. Wir schaffen schon. Oh. Kritischer Schaden. Hau ab! Looten. Looten. Achso. Looten. Wo ich die Viecher etwa alle looten oder was? Ja. Boah. Ohne Spaß. Boah. Loot. Ja. Ja. Früher war es so. Dann. Achso. Hey. Hehehe. Ich habe auch einen Ochsgriff. Ich habe einen Quest-Gegangstamm aus dem bekommen. Oh Gott. Das ist ein bisschen. Komm. Da wurde noch getötet. Was? Was? Mach's down! Du. Ich bin wirklich der Held, den ich noch nie haben wollte. Ketten. Woll! Ach ja, wir sollten die Einzugswendigkeit Kette oder sowas ist. Gut, jetzt werden wir beide gerecht aufteilen und medikal Stoff zeugt. Ironfleisch ist das, was ich machen muss, ne? Ja, ich brauch nur einen. Genau, dann loote den. Was sollten wir uns teilen? Ähm, wenn die Kettenrüstung drin ist, aufpassen, wenn ich fragen, dass jeder reinschaut, weil wir bald trockweite Kettenrüstung machen. Okay. Habt ihr auch schon so einen zerbrochenen Abschnitt? Naja, aber den hab ich mit einem anderen Charakter gefunden, dann hab ich den weggeschmissen. Das ist ne Quest, ne? Ja, dann nehm ich den aus. Aber ich scheiße, ich hab's nicht gefunden. Ja, da gehen wir mal Quest abgeben, ne? Was ist das maximalste Level, was man hier erreichen kann? Momentan 60. Okay. Gut, wenn wir nämlich die Quest abgegeben haben, dann machen wir da mal einen kleinen Schnitt. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Mädel, ich sollte für dich, sollte ich hier irgendwelche Viecher töten. Also halt mal brav dezent die Fresse und nimm das hier an, ne? Wie, das war jetzt schon? Krieg ich den Küsschen? Nee, wir müssen die nächste Quest gleich für die machen. Ich krieg... Oh Gott. Ich würd sagen, wir geben oben noch die zwei Abmutter. Na, von mir aus. Setz mal uns da oben hin. Ja, boah. Guck mal, der in dem Sinne der Gruppe ist schon über Level 3. Der hat schon ein eigenes Design für den Umraum. Hooray! Ja, nicht böse sein. Ich bin immer am gingen. Ich bin noch relativ müde vom Nichts zu. Boah. Hier ist Party. Aber so weit. Ja. Arjon führt euch zu mir. Ja, Arjon führt dich. Nee, führt mich nicht. Okay. Und? Hier ist noch so einer mit dem blauen Ding über dem Schädel. Ja, Kriegeausbilder. Jetzt machen wir dann den Schädel. Schöner Tag, nicht wahr? Das machen wir das nächste Mal dann. Ja. Gut. Dann sagen wir jetzt mal tschö. Danke an meine Gäste Medik. Ciao. Und Sky. So, bis zum nächsten Mal. Euer Esperto. Tschüss.